Hast du schon mal wissen, wie die Stadt Bern hinter den Kulissen funktioniert? Ich bin Reina. Ich mache die Sportlehre im kaufmännischen Bereich und bin im dritten Lehrjahr. Ich absolviere meine Ausbildung bei Direktion Bildung, Soziales und Sport. Direktion Bildung, Soziales und Sport ist eine von 1, 2, 3, 4, 5 Direktionen der Stadt. Die Sportlehre dauert vier Jahre und das Ausbildungsmodell ermöglicht mir, meine Ziele im Beachvolleyball zu verfolgen. Für Sportlehre brauchst du Ausdauer, Leidenschaft und ganz viel Durchhaltewillen. Hast du Lust auf eine coole Ausbildung? Check ich die Lehrstelle ab und hier findest du weitere 22 spannende Brüfe.